17. März 2019, 15 Uhr 19, rix, t-online.de Thomas Dotschalks, er hat jetzt eine eigene Büchersendung. Quelle Imago, früher lockte er mit Wetten, das Ein-Millionen-Publikum vor die Bildschirme. Heute legt Thomas Dotschalk keinen Wert mehr auf die Einschaltquote. Der Entertainer rechnet jetzt mit den Öffentlich-Rechtlichen ab. Über 20 Jahre lang moderierte Thomas Dotschalk Samstagabends wetten, dass bis zu 20 Millionen Zuschauer schalteten ein, wenn der Entertainer-Kandidaten zur Wette antreten ließ. Eine Quote, von der viele Moderatoren nur träumen können. Auch Thomas Dotschalk selbst weiß, dass er das nie wieder erreichen wird. Überraschende Nachricht Wie ich es gekannt habe, einfach nicht mehr. Thomas Dotschalk, keiner moderierte, wetten, dass, so lang wie er. Quelle Imago, Kinder könne man heute nicht mehr für eine Wette begeistern. Wenn ich heute mit einer Wette käme, dass irgendein Mädchen, Pipi Langstrumpf, auswendig kann und genau weiß, welches Wort auf welcher Seite steht, würden gleich 80 Kinder sagen, dafür müsse es doch eine App geben, ist sich Gottschalk sicher. Ich habe die Samstagabend-Unterhaltung nicht gerettet. Der Entertainer bekommt acht Jahre nach seinem Ausstieg bei Wetten, dass, beim Bayerischen Rundfunk eine neue Show, eine Büchersendung. Er selbst habe dem Sender die Idee nahe gebracht. Er lese jeden Abend vor dem Einschlafen, gerne Thriller. Der Entertainer macht sich wenig Hoffnungen, dass mit seiner Sendung massenhaft Zuschauer zu Bücherlesern werden. Ich habe die Samstagabend-Unterhaltung nicht gerettet, von der ich sehr viel verstanden habe. Also werde ich auch das Lesen nicht retten, von dem ich relativ wenig verstehe. Für ihn stehe der Spaß im Vordergrund, er tue etwas für den Bildungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen und freue sich darauf, den eigenen Horizont zu erweitern. Weniger Interesse für die Quote nach eigenen Angaben legt der mittlerweile 68-Jährige keinen Wert mehr auf Einschaltquoten im Fernsehen. Ich freue mich jetzt über die paar Hunderttausend, die mir zuschauen wollen, so der 68-Jährige. Aus meiner Sicht sollten die Öffentlich-Rechtlichen aber viel häufiger einfach sagen, die Quote geht uns am Arsch vorbei, fügte Gottschalk hinzu. In Gottschalk liest, sprichte Thomas Gottschalk viermal im Jahr mit Autoren über deren Bücher. Bei der ersten Folge sind Ferdinand von Schirach, Sarah Kuttner und V.R. Kaiser dabei. Ich werde mit Herrn von Schirach nicht anders umgehen als etwa mit einem versicherten Gottschalk. Die erste Folge läuft am Dienstag um 22 Uhr. Verwendete Quellen Wir freuen uns auf angeregte und faire Diskussionen zu diesem Artikel. Bitte beachten Sie unsere Netikette. Live Diskussion öffnen Kommentare, null Reaktionen Live Diskussion öffnen Kommentare, null Reaktionen bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.